Ich seh' ihn! Wir werden angegriffen! Ich seh' ihn! Hey! Ihr zwei! Ja, ihr! Was wird das hier? Eine Kauferpause? Sofort zurück auf eure Posten! Sniper! Sniper! Shit! Sniper! 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 Was zum? Das war's, Maxine! Gebt mir Deckung! Kontakt! Oh Gott! Oh Gott! Scheiß! Ey, ist hier drüben! All right, Hawkins. All right. Hawkins. All right. Hawkins. From here on, the only way you and O'Brock are getting out alive is if you kill every damn Nazi you see. The fight has turned back! The fight has turned back! We will do it! We're dead! We need to kill all of you! Wir werden nicht mehr verraten. 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 Die nächsten Rounds sind für Sie. Talk! Sie werden nicht mehr verraten. Nein, egal was Sie machen. Sie werden nicht mehr verraten. Sie werden nicht mehr verraten. All right, Hawkins. From here on the only way you and O'Brock are getting out alive is if you kill every damn Nazi you see. Aufstehen und Hände hoch! Tell me what I want, O'Brock! Tell me! Never! We will never submit to you! Very well! Fire! Find it in! The next Rounds are for you! Talk! You will never get anything from me! No matter what you do! Bleib fachsam! Bleib fachsam! Sieh den jemand! Bleib fachsam! Ich seh ihn! Er ist hier drüben! Es ist viel überlebt! Das ist ja ein Stück. Das ist ja. Das ist ja. Es ist nur ein Stück. Es ist nicht so leicht. Ich habe ihn nicht verraten. Ich hab ihn mit mir nicht verraten. Lass micheisch in die Hand nehmen. Gnämpden. Leck automobiles gegen Schiff. Und du bist nicht auf einen Schiff. You are Robert Hawkins, yes? Yep. And where is this Du Bois? We'll find him hiding behind a rock soon enough. Hey! Do we still have a deal? Perhaps. Hey. Hawkins! Thank God! Josephine here is going to take you to the Swiss border, as we agreed. Hey, my camera! There aren't any stories in Switzerland, Du Bois. You go. The camera stays. What are you going to do? I'm staying. I finally found my next big story. I'm going to cover the resistance movement from the inside. I've got the ultimate scoop with guaranteed front page headlines. So that's it, huh? We're all here fighting for your pleasure, your career. Listen, sweetheart. We all have our reasons to fight this war. If the end result is defeating the Nazis, then who cares how you come to the fight? Perhaps. I'll be the doctor who knows why you come to the usalабs.